Lutz wird jetzt von sich erzählen und was er nicht lassen kann. Guten Morgen, 30 Jahre alt. Ja, wunderschönen Tag. Hier ist Lutz. Und zwar, ich soll es sagen, ich kann es halt nicht lassen, nach Tschechien zu fahren. Ich wohne weit von der tschechischen Grenze und da fahren wir halt immer in die Nachtclubs oder sowas. Du kannst es nicht lassen, nach Tschechien zu fahren? Jawohl. In die tschechische Republik? Jawohl. Und fährst dort, du wohnst in Bayern oder wo? Nein, Dresden, Sachsen. In Dresden. Ja. Und du fährst dann in einen Nachtclub, in eine Bar? In mehrere. Und was passiert dann da? Gut, wir müssen uns ein bisschen mit den Mädels unterhalten. Wie gesagt, ich fahre nicht alleine, ich fahre mit Bekannten. Da fahren wir erstmal alle los und dann treffen wir uns irgendwo. Und dann tun wir uns wieder trennen. Und dann fahre ich halt dort, dort, dort und dorthin. Und dann, wenn irgendwie ein Mädel uns gefällt, oder mir gefällt, dann gehen wir halt das Zimmer. Warum muss das unbedingt Tschechien sein? Ach ja gut, das ist halt billig, ne? Ach so, daher weht der Wind. Jawohl. Es ist billig. Ja. Wie oft fährst du denn dann in die tschechische Republik? Fast jeden Freitag vor mir. Fast jeden Freitag. Fast jeden Freitag. Fast jeden Freitag. Fast jeden Freitag schleppst du denn da auch eine Frau ab, quasi. Oder gehst du mit ihr aufs Zimmer? Fast jeden Freitag, ja. Wie teuer sind die Frauen da? Oder was kostet das? Eine halbe Stunde ist 70 Mark, die Stunde 130, 150. Ist aber auch nicht so billig dann, ne? Geht schon. Du wirst den Vergleich haben, wie teuer ist es in Dresden? Weißt du? In Dresden kostet die Stunde 150, 200. Ja, also ist dann ein bisschen günstiger da. Ja, natürlich. Tanken noch. Was? Noch eine Stange Zigaretten. Tanken. Benzin. Tanken. Ich habe es mit der sechstischen Sprache nicht so. Tanken, also das habe ich nicht so verstanden. Sekretten noch mitnehmen. Ja. Hast du eine Beziehung? Nee, vermutlich wohl nicht. Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet auch noch. Lutz, was erzählst du mir hier für Sachen? Du bist auch noch verheiratet und fährst jeden Freitag in Puff nach Tschechien? Fast jeden Freitag, ja. Also wenn ich nach Tschechien habe. Dann geht es schlecht. Und die Frau? Deine Frau? Ich bin zu Hause. Das ist mir klar, ich bin zu Hause. Weißt die das? Die weiß das nicht. Die weiß, dass wir da drüber fahren. Also nicht immer, das ist nicht Freitag, sondern dass man sagt, dass ich ihm Tanken fahre und Zigaretten holt und sowas. Also die denkt, dass ihr da wirklich nur irgendwelche Einkäufe macht? Ja, da fahre ich alleine. Das weißt du nicht, dass ich mit Bekannten, dass ich mit Kumpels noch fahre. Wie lange, sagst du, bist du verheiratet? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Und wie lange geht das jetzt schon, dass du jede Woche da rüber fährst? Neun Jahre. Wie bitte? Neun Jahre? Neun Jahre seit der Öffnung der Grenze. Ich habe ein halbes Jahr da drüben gewohnt. Da hatte ich mal eine tschechische Freundin. Aha, also das geht noch viel länger, als dass du verheiratet bist. Du bist also in die Ehe quasi reingegangen mit dieser Angewohnheit. Mhm. Ja. Ist das nicht mega scheiße? Lutz? Ach nee, das hat sich halt schon fast zum Kult bei uns. Also bei meiner Bekanntschaft ist das schon Kult geworden. Ja. Ich würde jetzt auch gar nichts sagen. Dann werden Freitags Rundrufe gestartet und Freitag hat jemand einen Plan. Ja, ja. Das sieht meistens immer so aus. Finde ich eigentlich, ist okay, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn du nicht verheiratet wirst. Und nun betrügst du ja an der Strich und Faden deine arme Ehefrau. Ich sage mal, lieber ins Bordell gehen, als sich nebenbei eine Freundin halten. Das ist eine sehr schlichte Weltsicht. Ne, also dort ist Sex und mit einer Freundin muss es Liebe sein. Ha, aber du Feigling, sagst das ja deiner Frau nicht. Dann könntest du so einen Standpunkt haben. Ja, Feigling. Na klar. Feige. Na klar. Feige ist ja nur auch ein Neufel. Na, aber wie? Feige ist. Aber wie? Ich meine, ich liebe ja meine Frau. Umso schlimmer. Was würde die Frau, deine Frau sagen, wenn die erfährt, dass du seit neun Jahren, ihr seid sieben Jahre verheiratet, jeden Freitag in den Puff nach Tschechien fährst? Die würde dich wahrscheinlich kreuz und quer in den Mond schießen, auf den Mond schießen. Das kann sein, weil meine Frau ist sehr temperamentvoll. Ja, habt ihr Kinder? Nein, das ist auch, nein, keine Kinder, aber meine Frau ist noch eine Ungarin. Und die sind sehr temperamentvoll. Hast du denn zumindest am Anfang, so in der ersten Zeit, als du verheiratet warst, ist doch alles noch romantischer und euphorischer. Das sage ich mal, das erste Jahr bin ich nicht da drüber gefahren. Wo wir verheiratet waren im ersten Jahr. Aber dann hat sich das doch wieder eingependelt. Dann hat sich das wieder eingependelt. Mir ist schon passiert, bin ich mit meiner Frau in den Umgang gefahren. Da fährt man durch Duki durch. Im Sommer haben wir Fernstunden gehabt. Da hat sie gesagt, da haben sie gesagt, da haben wir einen Lutz. Da hat sie dich gerufen. Da sage ich, nein. Hier heißen wir ohne andere Lutz. Ich heiße nicht alleine Lutz. Haben die Mädels nicht erkannt von der Straße? Da hätte sie mich bald mehr erdukt. Könnte ich halt mal abwenden. Ich bin ganz fassungslos, Lutz, was du mir erzählst. Warum tust du das? Warum? Warum? Ja. Wie gesagt, jetzt ist es, denke ich mal, es ist schon halt Gold geworden. Bei uns. Klingt zwar dumm, aber Freitag. Wie ist denn der Sex mit deiner Ehefrau? Ist der okay? Ja, ganz okay. Ganz okay. Also eigentlich wäre es gar nicht, vom Druck her wäre es gar nicht nötig. Eigentlich vom Druck her wäre es nicht nötig. Und trotzdem machst du das und trotzdem verletzt du so deine Frau. Wir drehen eben den Spieß rum. Stell dir mal vor, dieses würde deine Frau machen. Nehmen wir mal an. Wir spinnen nur mal so eine Fantasie jetzt. Ich sage mal, es gibt das Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Na gut, und du würdest es dann erfahren. Was wäre dann? Wüsste ich nicht. Der größte Ort ist bestimmt. Schläfst du mit den Huren immer geschützt? Ist schon passiert ungeschützt. Ist auch schon passiert. Jetzt hört der Spaß auf für mich, Lutz. Also er hört schon lange auf. Aber jetzt hört er endgültig auf. Du betrügst und belügst nicht nur deine Frau in der Strich und Faden seit Jahren, deine Ehefrau, sondern du gefährdest sie auch. Extrem. Du gefährdest dein Leben, aber dir geschieht es dann recht, würde ich fast schon sagen. Will ich mal so hart. Das war dann aber auch, was weiß ich, klingt zwar dumm, aber das ist bestimmt dann zehnmal bei der gleichen gewesen. Na ja, da ist das halt passiert dann. Ja, das klingt recht dumm und ist auch dumm. Also zählen wir bei der gleichen nach dem Motto, da kann ja dann nichts passieren. Weißt du, wie viele Männer die durchzieht pro Tag? Darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Ich habe mich ja schon manchmal nachmittags mit denen getroffen. Und ich habe mal noch drauf gefahren oder uns Kaffee trinken gewesen. Weißt du, ich bin richtig erschüttert, mit welcher Selbstverständlichkeit du das alles so erzählst. Nach dem Motto, die alte Zuhause, also meine Ehefrau, das soll die gar nicht interessieren. Ich habe hier meine Sache, meinen Kult mit meinen Jungs und meinen Kumpels und mache das so. Das ist mein Leben und das geht dir gar nichts an. Die hat ja noch gut in der Beziehung. Natürlich geht es nichts an, aber ich meine, was soll ich sagen? Wie soll denn das weitergehen jetzt? Soll das die nächsten Jahre immer so laufen? Ja, heute ist schon wieder Freitag. Ja, genau, heute, ja jetzt morgen ist Freitag, heute ist Freitag. Das heißt, du fährst heute Abend wieder hin? Fast 100 Prozent, ja, nach der zweiten Schicht. Weißt du, was ich jetzt mir eigentlich so richtig wünsche? Dass dich jetzt jemand erkannt hat an der Stimme, vielleicht die beste Freundin von deiner Frau. Und damit du jetzt so richtig auf die Schnauze fällst. Das hättest du wirklich... Nein, das hast du verdient. Das hast du wirklich verdient. Bei aller Kumpanei und allem, wo man sagt, okay, wir Männer machen das, so Sachen. Aber nicht, wenn du seit sieben Jahren mit einer Frau verheiratet bist und eine Beziehung hast. Und die Frau so hintergehst. Und dann ab und zu noch sogar ohne Gummis mit der vögelst. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, ich nicht, dass sie das erfährt. Ich wünsche es dir. Weil die meisten, die arbeiten, die strafen, die arbeiten frühestens. Ja, hier sind die seltsamsten Sachen schon passiert über diese Sendung. Kann es sein. Kann es sein, dass mich irgendein Kumpel jetzt so hört. Beim Sonnabend, dann treffen uns alle beim Kumpel in der Garage und dann wird halt der Tag ausgewertet, der Freitag. Ah, mir dreht sich der Magen rum. Ich möchte es gar nicht weiterhören. Also Lutz, das ist dein Beitrag zum Thema, ich kann es nicht lassen. Ich finde es wirklich mies, wie du deine Frau behandelst. Aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt. Ich danke für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mann, 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 Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Monika, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ich hoffe, dass ich mich jetzt bei dir nicht so ärgern muss. Nein. Sag du mal als Frau auch was dazu. Obwohl, das ist ja scheißegal als Frau oder Mann. Ist das nicht super mies, was der macht? Ekelhaft. Es ist ekelhaft, ne? Ekelhaft. Ich bin jetzt verheiratet. Und ich muss dir ganz will sagen, würde mir das passieren, würde ich das erfahren, dass mein Mann sowas macht. Ich würde, ich weiß es nicht, aber ich würde, glaube ich, licherweise kotzen. Man weiß gar nicht, was man da machen sollte, wenn man das erfährt, dass man die ganze Ehe über so betrogen wurde. Ja, ganz genau. Die ganze Ehe. Überleg dir mal sowas. Da denkt man und glaubt man und, ach nee, da fehlen dir echt die Worte. Und er hat ja auch überhaupt gar kein bisschen Unrechtsbewusstsein, ne? Ja, natürlich. Das habe ich ja mitgekriegt. Also ich habe mich wirklich am Kopf gepasst schon. Also schrecklich. Ich glaube, der denkt, ich bin bescheuert, wie ich den jetzt gerade bewertet habe. Ja. Der Domian, der hat einen Schuss, wird der denken. Ja, ja. Also, lass mal, das ist ja wirklich nicht der Rede-Werde-Typ. Also da machen wir, was er will, sein Leben. So ist es. Jetzt reden wir beide nämlich miteinander.